Ist Leon bei dir? Dominik! Ja, der schläft jetzt. Aber der war total verstört, als ich ihn gefunden habe. Was ist denn mit ihm passiert? Hör zu. Du und Daniela, wir müssen sofort mit Leon zur Polizei fahren. Was? Langsam machst du mir echt Angst. Du kannst es doch nicht verspreisen. Du bist jetzt völlig verrückt geworden. Nein, ich tue überhaupt nichts, solange du mir nicht sagst, was los ist. Ich bin jetzt in die obere Geschoss. Verstanden. Hör zu. Wir brauchen sie nicht mehr. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Ja, klar. Ja, ich hab verstanden. Ich möchte dir wirklich helfen. Das war doch deine Konfirmation. Wir haben die Flasche Wodka geklaut und ich glaube, du hast ziemlich viel getrunken. Ich hab Papa die Hose voll gekotzt. Der hat da rumgebrüllt. Mama. Der Teppich, der Teppich. Den hab ich gestern erst auch mal gemacht. Du weißt wirklich nicht, wann das Foto gemacht worden ist, oder? Wieso? Auf deiner Konfirmation. Es war auch genau zwei Wochen, bevor ihr abgehauen seid. Tschüss. Morgen. Morgen. Wofür war der? Verletzter. Manchmal frage ich mich, was er wohl gerade so denkt. Ob er wie alle Männer alle sieben Sekunden wirklich nur an Sex denkt? Wobei wir Frauen den Männern auf diesem Gebiet, glaube ich, in nichts nachstehen. Wir sind genauso versorgt wie sie. Oder sagen wir moralisch flexibler. Aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist einiges Mal. Ich könnte mit mir nicht mal viel getrunken. Einmal viel zu ehrlich und mit mir nicht nachdecken. Aber ich kann mir nicht mehr in den Großen. Danke an und mit mir. Alles klar, danke. Geist euch und ich gerne ein Mal. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Veränderung von Beispiele. Ich hoffe, es hilft, es heilt die snache. Entschuldig.